Ich bin jetzt richtig geantwortet, das ist das allererste Autogramm mit Foto. Was heißt Tatatio modus auf Lateinisch? Vielleicht nochmal? Stimmt das so? Dann steht man wie hier drauf, ja? Ja, das heißt eigentlich Toten, also okay. Du das erste Autogramm nachher, ja? Okay, mit Foto. So, Herrschaften. Hier spielen sich wir am Block und heute Abend sind Sie live im Hard Rock Café. Nicht? Nein, nein, nein. Okay, das ist dein Ding. Also Leute, heute Abend, Hard Rock Café hier im Kaiserslautern im Wintersmarkt 2. Ihr wisst, wo es ist, oder? Wir werden dort mit euch zusammen den Fass aufmachen. Wir haben schließlich was zu feiern, oder? Was genau passiert dort? Ach Gott. Ihr müsst euch noch überraschen lassen, aber wir haben ein bisschen was Gemeines mit euch vor. Komm, ihr seid dabei, viel Spaß Leute. So, hier sind sie nochmal, hier sind sie jetzt bei uns im Mediamarkt. Wo seid ihr? Live im Mediamarkt. Kaiserslautern. Hey, 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 hey. Das war's. 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 Wir haben noch ein letztes Lied und dann machen wir wieder ein bisschen leiser. Freunde, ihr seid so großartig Leute, passt auf, das ist eine Tabule und kein Schlagzeug. Das ist ein Budelzack wie meine E-Gitarre. Riss hier ein Stier und was? In euren Spiegel! Freunde, ihr spielt euch mit dem Doktor Eisen heiß.